Meister Eders Geburtstag fiel in diesem Jahr auf einen Sonntag. Einen Tag vor dem Geburtstag kam ein kleines Paket, und zwar von seiner Schwester auf dem Land. Der Meister Eder öffnete es und sagte dann genüsslich schnuppern zu seinem Kobold, dem Pumuckl. Mh, wieder der gute Geburtstagskuchen. Das ist wirklich nett von meiner Schwester, dass sie den nie vergisst. Lass mal riechen. Mh, 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 riecht der gut. Den müssen wir gleich probieren, ob er auch so gut schmeckt, wie er riecht. Oh, ich muss da gleich ein Stück sofort davon haben. Nein, 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 nichts. Nein, der ist für den Geburtstag. Und der ist morgen. Und morgen zum Frühstück wird er aufgeschnitten. Wenn aber heute ich Geburtstag habe, dann wird er jetzt zum Spätstück angeschnitten. Du hast aber heute nicht Geburtstag. Doch, doch, ich habe ich... Nein. Warum habe eigentlich ich keinen Geburtstag? Ja, weil wir nicht wissen, wann du auf die Welt gekommen bist. Und wo, wissen wir auch nicht. Ja, du bist schließlich ein Kobold und kein Mensch. Und alle Menschen wissen wann und wo und wie sie auf die Welt gekommen sind. Ja, freilich. Da muss ich aber eben mal nachdenken. Ja, denk nur noch. Vielleicht fällt es mir dann ein. Und wenn es mir dann einfällt, dann weiß ich es ja auch nicht, wahr? Ja, ja, denk nur mal nach. Und dann vielleicht heute meinen Geburtstag. Inzwischen wickele ich den Kuchen wieder ein. Nein, nein, den wickelst du nicht ein. Denn eben fällt mir ganz genau ein, dass ich heute auf die Welt gekommen bin. Ja, genau. Heute vor 70, 13 Jahren auf einem Segelschiff, wo gerade großer, großer Sturm war. Also so, hui, so ein Sturm war. Und da habe ich mich so gefürchtet. Ja, ja, habe ich mich gefürchtet, dass ich auf die Welt gekommen bin, jawohl. Ah, das ist ja eine ganz schöne Geschichte. Aber weißt du, ich glaube, wenn man sich fürchtet, dann läuft man eher davon, als dass man auf die Welt kommt. Nein, nein, nein. Das ist ja bei Klabauter-Männern ist das ganz anders. Die kommen immer auf die Welt, wenn sie sich fürchten. Aha. Ja, ja, Klabauter-Gesetz. Ich glaube, dass du dich um einen Tag erzählt hast. Morgen vor 70, 13 Jahren war das und nicht heute. Und darum schneiden wir den Kuchen morgen an. Nein, 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 das war heute vor 70, 13 Jahren. Und schau, ja, schau, außerdem haben wir doch eben gerade gefrühstückt. Ja, aber wir haben keinen Kuchen gefrühstückt. Wenn wir den jetzt anschneiden, dann trocknet er bis morgen aus. Und mit einem ausgetrockneten Kuchen können wir gar nicht richtig Geburtstag feiern. Boah, Muggel, wo wir doch morgen alle zwei Geburtstag haben, da müssen wir doch richtig feiern, nicht wahr? Ja, sag mal, meinst du wirklich, dass ich morgen auch Geburtstag habe? Ja. Und ich möchte so gerne Geburtstag haben. Ja, freilich, du hast einen. Ich habe einen Geburtstag. Und zwar am besten gleichzeitig mit mir. Ja, und du meinst nicht, dass du dich vielleicht irrst und dass du vielleicht heute schon Geburtstag hast? Nein, nein. Und ich habe erst morgen. Nein, 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 da irre ich mich bestimmt nicht. Gut, gut, dann haben wir eben morgen Geburtstag. Ja, morgen. Und den feiern wir. Ja. Den feiern wir. Jawohl. Ui, wie feiert man eigentlich Geburtstag? Ja, ganz einfach. Ja. Da lässt man sich's gut gehen. Ja, man isst Kuchen. Ja. Und was isst man noch zum Beispiel? Ja, aber... Also, man kann doch nicht einen ganzen Tag lang immer nur Kuchen essen. Nein. So viel Kuchen ist es ja auch wieder nicht, dieser kleine Kuchen von deinem Schwestern. Na ja, also morgens, da gratuliert man sich zuerst. Ja, und wie macht man das? Ja, man sagt, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Ja, und an den Nicht-Geburtstagen, da wünscht man alles Schlechte und dass man schnupfen kriegt und kurz, kurz. Nein, nein. Nein? Aber an Geburtstagen, da wünscht man das Gute besonders herzlich. Ja, und sich selbst? Sich selbst wünscht man gar nichts. Ich meine, so wie an Weihnachten, wo man sich was wünschen kann und was geschenkt bekommt, zum Beispiel. Nein, ja, schon auch. Aber die Schenkerei, weißt du, das ist nicht das Wichtigste. Aber schon sehr wichtig. Nein, nein, nein. Ich sag's zum Beispiel keinem Menschen, dass ich Geburtstag hab. Ich kauf mir ein Flascher Wein und feiere für mich allein. Aber ich kann mir doch nichts kaufen und ich krieg doch so gerne was geschenkt, wo das doch überhaupt mein aller, 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 allererster Geburtstag ist. Ja, was tätst du dir denn dann so wünschen? Arthur, ich täte mir wünschen, also Schokolade und einen großen Schluck Bier und dann eine große Wurst und dann noch Himbeersaft und dann natürlich Kuchen, natürlich Kuchen. Und dann... Ja, und dann, dann ist dir schlecht. Nein, dann ist mir gut. Und dann hüpfe ich und springe ich und du hüpfst und springst auch und alles hüpft und springt und singt und das wird ein schöner Geburtstag, nicht wahr? Na, 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 na. Ein schöner Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir so vorgestellt hab. Aber ich, ich stelle mir erste Geburtstage immer so vor. So? Weißt du, da darf man alles, was man sich wünscht und, und keiner darf schimpfen. Nein. Ui, ja, das ist ein Wunsch. Du darfst den ganzen Tag nicht ein einziges Mal schimpfen. Wenn du brav bist. Wenn ich brav, ich bin ja brav. Brauch ich gar nicht schimpfen, den ganzen Tag nicht. An Geburtstagen, ungeburtstaglich. Und wenn ich mich ärgern muss über dich, dann ist das für mich auch ganz ungeburtstaglich. Ungeburtstaglich. Und schließlich hab ich auch was zu wünschen an meinem Geburtstag. Was hast du denn? Und ich wünsch mir, dass du brav bist. Ja, aber dann ist es ja sehr unpraktisch, dass wir beide gleichzeitig Geburtstag haben, wo ich mich doch schon so auf meinen Geburtstag gefreut habe, weil ich da doch nicht brav sein muss. Also, weißt du was? Ich schimpf nicht, weil du dir das wünschst. Ja. Und du bist brav, weil ich mir das wünsch. Pass auf, das wird ein schöner Geburtstag, wir sehen. Und so gemütlich und friedlich. Ja, aber ein bisschen böse sein darf ich vielleicht schon. Und dann ist der nächste Tag gekommen, der Geburtstag von Meister Eder und seinem Pumuckl. Der Kobold war als erster wach. Und weil er sich gut gemerkt hatte, wie man Geburtstage feiert, krähte er auch gleich los. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Lange lebst. Was ist denn? Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Ach so. Ja, Geburtstag ist... Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Ja, ich danke dir, ja, Pumuckl. Bitte schön. Das ist sehr nett von dir. Ja, nein, nicht einschlafen. Jetzt musst du das zu mir auch sagen. Ja, was muss ich denn sagen? Du musst sagen, ich wünsche dir alles das Gleiche, was ich gesagt habe, weil ich doch auch Geburtstag habe. Ja, ja, ah, freilich. Dann bitte nicht gehen, aufwachen, aufwachen. Glück, Glückwünsche. Ja, wäre doch nicht so. Glückwünsche. Schon in aller Früh nicht mal ausschlafen. Halt, nicht schimpfen. Ich, 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 das habe ich mir doch gewünscht. Ja, und ich wünsche mir... Ich habe meinen ersten Geburtstag und da darf ich auch zuerst wünschen, nicht schimpfen bitte, nicht schimpfen. Gut, ich schimpfe ja schon nicht, aber lass mich doch ein wenig schlafen, Pumuckl. Aber du hast mir doch überhaupt noch gar kein langes Leben gewünscht. Du willst, dass ich nur ganz, ganz kurz lebe und schnupfen und Bauchweh kriege. Und schon habe ich Bauchweh vor lauter Hummer. Geh zu, Pumuckl, hör mit dem Theater auf. Das ist kein Theater. Du hast versprochen, dass wir Geburtstag feiern und jetzt willst du den ganzen Tag schlafen. Also, lieber Pumuckl, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag und dass du lange lebst und dass du gesund bleibst. Gut, einverstanden. Jawohl. Ich werde sehr lange leben. Gut, ich danke dir. Und pass auf, jetzt kriege ich aber noch ein bisschen Ruhe, ja? Ja, und was kriege ich, wenn du Ruhe kriegst? Ja, du kriegst einen Kuchen. Kriege ich gleich Kuchen, ja? Nein, ein bisschen später. Ja, aber der Geburtstag ist doch jetzt und nicht ein bisschen später. Ich wünsche mir jetzt Kuchen. Und ich mir jetzt meine Ruhe. Du schimpfst schon wieder. Nein. Ach, wäre ich doch nur nicht heute auf die Welt gekommen, wo du immer schlafen willst. Ich will morgen Geburtstag haben oder übermorgen oder in drei Tagen. Aber da hast du dann keinen Kuchen mehr und ich werde nie, nie mehr auf die Welt kommen und nie, nie mehr. Ach, na, na, also, damit der Ruhe ist, fangen wir halt mit dem Geburtstag feiern an. Ja, der Ruhe ist, fangen wir mal an. Also, mit dem gemütlichen Ausschlafen am Geburtstag war schon mal nichts. Der Meister Eder aber machte gute Miene und zog sich an. Und dann gab es ein wirklich prächtiges Frühstück mit Kuchen und Schokolade für den Pumuckl und mit einem starken Kaffee für den Meister Eder. Der Kaffee war allerdings so stark geworden, dass der Meister Eder sich hinterher noch ein Glas Schnaps genehmigte, was wiederum den Pumuckl an seinen Geburtstagswunsch von einem Schluck Bier erinnerte. Und das bekam er auch. So kamen die beiden gleich in die beste Geburtstagslaune. Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag. Du musst jetzt auch singen, komm zu zweit, ja. Ich soll abzingen, oder? Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag. Ich komm noch öfter auf die Welt, weil mir das Feiern so gefällt. Ui, das ist ein schönes Gedicht. Ich schenke es dir. Oh, ich danke dir. Bitte schön. Und jetzt machen wir was anderes als dich. So, was denn? Jetzt feiern wir, dass ich auf einem Schiff auf die Welt gekommen bin. Auf einem Schiff? Ja, weißt du, auf Schiff auf Welt kommen, das ist ein sehr schönes Spiel. Also, du bist jetzt der Sturm. Was bin ich? Du bist der Sturm. Du musst jetzt immer hui machen, so. Ja. Hui. Mach das mal, mach mal. Hui. Ja, gut, gut. Und warte auf. Und jetzt, jetzt lass ich Wasser in das Spülbecken laufen. Ja, und? Was ist dann? Ja, und du musst hui machen, mach hui. Hui. Hui, ja, und jetzt lass ich die Tasse auf dem Wasser schwimmen. So, das ist nämlich das Schiff. Aha. Mach doch hui. Sonst kann ich doch gar nicht auf die Welt kommen. Geh, du machst ja eine ganz Überschwemmung. Ja, das ist schön, nicht? Hui. Ja. Und jetzt musst du rufen, Pumuckl bist du da. Musst du jetzt rufen. Pumuckl, bist du schon da? Ja, ich bin da. Aber die dumme Tasse ist untergegangen. Ja, ja, bist du denn verrückt? Springt ja mitten ins Wasser. Du bist ja pitschnass. Ja, pitschnass ist sehr lustig. Und jetzt bin ich auf der Geburtstagswelt. Hurra. Du musst auch Hurra schreien. Ja, Hurra. Ja, Hurra. Ja, Hurra. Und jetzt darf ich alles zusammenwischen. Nein, das darfst du nicht. Denn jetzt feiern wir. Warte, ich hole mal schnell Hobelspäne. Oh, mei, oh, mei, mei. Ich bin gleich. Ja, ja, da muss ich mir direkt noch einen Schnaps genehmigen. Guck mal hier. Guck mal, wie viele Hobelspäne ich tragen kann. Oh, mei, oh, mei. Aber Pumuckl, wie siehst du denn aus? Die Späne pappen ja an deinem nassen Zeug wie Federn. Ja, ja. Und jetzt verstreut er die Hobelspäne über den ganzen Boden. Ja, weißt du, dann können wir alle beide besser darin herumhüpfen. Ja, ja. Herumhüpfen und singen. Das ist dein Geburtstag. Geburtstag ist ein schöner Tag. Du musst auch singen. Ja, ja, ja. Geburtstag ist ein schöner Tag. Du musst viel mehr hüpfen. Ja. Viel mehr und viel höher. Und dann musst du dazu singen. Ja, ist gut. Also nochmal. Sieben, zwölf. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag mag. Geburtstag. Geburtstag. Da hat es doch jetzt geläutet. Ja, das war eine Geburtstagsklocke. Nein, das war an der Tür. Wer kommt denn da am Sonntag daher? Ja, niemand. Niemand. Weil wir ihn gar nicht hereinlassen. Und weil wir gerade so schön tanzen und singen. Ja, wir haben so laut gesungen, dass man sicher bis hinaus gehört hat. Wenn du den Menschen hereinlässt, dann oh, oh, dann... Pumugl, Pumugl, du hast versprochen, dass du brav bist, weil mein Geburtstag ist. Und du hast versprochen, dass du nicht schimpfst, weil mein Geburtstag ist. Ja. Und dann wird es doch ganz dumm, wenn ich jetzt brav wäre, nicht wahr, wo du doch gar nicht schimpfen kannst. Okay, Pumugl, mach mir doch die Freude. Geburtstag. Ja, ich komme schon. Vor der Türe stand ein alter Kunde vom Meister Eder, Herr Gerstl. Er brachte eine Flasche Sekt zum Geburtstag. Seitdem die beiden Herren vor Jahren zufällig darauf gekommen waren, dass sie am selben Tag Geburtstag haben, vergisst Herr Gerstl nie, eine Flasche Sekt zu spinieren. Die beiden Herren gratulierten sich und ließen den Sektpropfen knallen und stießen auf ihr gegenseitiges Wohl an. Das machte die beiden sehr lustig. Dem Pumugl aber passte es nicht zurecht. Er versuchte, der Sektflasche einen Stips zu geben, aber der Meister Eder hielt sie wohlweislich fest. Dann probierte es der Kobold mit den Sektgläsern. Der Meister Eder konnte nur noch rufen, Herr Gerstl, halten Sie Ihr Glas fest, sonst liegt es gleich drunten. Nein, nein, das steht fest auf dem Tisch. Nicht auslassen. Habe ich es nicht gesagt. Und ich habe versprochen, dass ich heute nicht schimpfe. Sie brauchen mich auch nicht zu schimpfen. Ich ersetze selbstverständlich das Glas, Herr Eder. Zwar weiß ich nicht, wie das zugegangen ist, aber... Nein, nein, nein. Ist nicht nötig, Herr Gerstl, dass Sie das Glas ersetzen. Da haben Sie ein neues. Aber wir machen es anders. Wundern Sie sich jetzt nicht. Ich muss eine kleine Rede halten. Sonst kriegen wir nie Ruhe. Wissen Sie, es hat nämlich noch jemand Geburtstag. Jetzt hat er vom Sekt getrunken. Also, Pumuckl, hör zu. Nein, nein, Herr Eder. Sie verwechseln mich, ich heiße Ferdinand mit Vorname. Trinken Sie doch gleich noch mal. Dann geht das Luca vorbei. Also, Prestl, Herr Eder. Ja, Prost, Herr Gerstl, Prost. Prost. Pumuckl, trink nicht zu viel. Du hast schon mal einen Schwips gehabt. Und da ist er so schlecht gewesen. Ferdinand heiße ich, Herr Eder. Ja, und ich heiße Franz. Aber der Kobold, der heißt Pumuckl. Und der hat halt auch Geburtstag. Jedenfalls feiern wir ihn halt, weil er eigentlich sonst gar keinen Geburtstag hätte. Und nie Geburtstag zu haben, das ist doch auch nichts. Nein, nein, wirklich nicht. Und da darf man auch ein bisschen zu tief ins Glas gucken. Ja, ja, ich bin ja nicht betrunken. Das heißt, ein bisschen spür ich schon. Aber der Kobold, wissen Sie, das hat damit nichts zu tun. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Also, ein Prost auf Ihren Geburtstagskobold. Ja, Prost, Herr Gerstl. Also gut, wir einigen uns. Ja? Jeder von uns hat einen Kobold. Sie haben einen grünen Kobold und ich einen gelben. Nein, der meine hat rote Haare. Gut, dann hat er meine blaue Haare. Den sonst verwechseln wir sie ja. Prost, Herr Eder. Prost, Herr Gerstl. Vorsicht! Ihr Glas! Gerade noch. Lasst doch die alten Späße, Pumuckl. Da schau her. Kriegst die Hausschlüssel zum Verstecken. An deinem Geburtstag darfst die verstecken. Ist das nichts? Und mein Kobold darf meine Hausschlüssel verstecken. Hier, Muppuckl, hast du meine Schlüssel. Pumuckl heißt er. Und meiner heißt Muppuckl. Muppuckl los, Schlüssel verstecken. Auf Befehl tut sowas kein Kobold. Deswegen, Herr Eder, brauchen Sie meine Schlüssel nicht hinunter zu werden. Das war doch nicht ich, sondern der Pumuckl. Und so, wenn es hier jemand war, dann mein Muppuckl. Den Iren, den gibt es ja doch gar nicht. Aber der meine... Also hören Sie mal, Herr Eder. Wenn es Iren gibt, dann gibt es auch meinen. Gleichberechtigung am Geburtstag, wenn ich bitten darf. Mein Muppuckl mit dem blauen Haaren wirft immer meine Hausschlüssel hinunter. Und Ihre mit den roten Haaren wirft immer Ihren Schlüssel herunter. Habe ich es nicht gesagt? Das waren Ihre Schlüssel. Gut geworfen, Koboldchen. Und jetzt ist wieder meiner dran. Also, mein Kobold darf jetzt mein Glas austrinken. Tu es nicht, Pumuckl. Aber Herr Eder. Ja? Mein Glas ist da schon leer. Was? Hab ich das ausgetrunken? Nein. Der Pumuckl? Nein, der Muppuckl. Sie bringen aber auch alles durcheinander, Herr Eder. Also, mein Glas trinke ich vorsichtshalber selber leer. Gut. Dann ist trotzdem jetzt wieder Ihr Kobold dran. Ei, 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 ei. Noch ein Glas kaputt. Naja, zwar kein ganz neuer Einfall von mir im Pumuckl, aber ich ersetze auch das. Ah, ich glaube, der folgt wirklich heute aufs Wort. Das hat er nämlich versprochen. Und ab. Meiner zum Beispiel hebt mir jetzt die Schlüssel, die er vorhin hinuntergeworfen hat, wieder auf. Da können Sie lang warten. Wo doch der genauso beschwipst ist wie wir. Hören Sie denn nicht, wie der immer hiext? Das höre ich sehr wohl, Herr Eder. Sie müssen eben die Luft anhalten, Herr Eder. Ja, also, Muckuckl, wo bleiben meine Schlüssel so lang? Nein, also das können Sie von einem Kobold nicht verlangen. Von meinem Kobold kann ich's. Bitte schön, Muckuckl, bitte schön, die Schlüssel. Dankeschön. Ja, was ist denn das? Na, was habe ich gesagt? Also, das gibt's nicht. Die Schlüssel müssen Sie selber hergeschmissen haben. Ich? Ach, dass ich nicht lache. Also, jetzt kenne ich mich wirklich nicht mehr aus. Vielleicht, vielleicht gibt's wirklich zwei Kobolde. Klar, Herr Eder. Und jetzt bringt Ihr Kobold Ihre Schlüssel. Ah, das wäre das erste Mal. Also, Pumuckl, bringst du mir die meinen auch? Aber selbstverhinkt, stecklich. Wie bitte? Herr Eder, das war jetzt wirklich seltsam. Ja, allerdings, so gefolgt hat er noch nie. Nein, nein, nicht die Schlüssel. Eine Stimme habe ich gehört. Ach so, die Stimme? Ach, da brauchen Sie Ihnen nix denken. Mein Kobold kann nämlich reden, was Ihrer kann. Ja? Nun, was Ihrer kann, kann meiner auch. Ja, heute ist alles möglich. Richtig, an Geburtstagen ist alles möglich. Ja. Und wenn Ihr Kobold selbstverständlich sagen kann, dann redet meiner so selbstfürstündlich. Meiner nämlich kann nur Ü sagen. So? Aha. Ü-hü, ü-hü. Richtig. Also, dann sprich mal, Pumuckl. Nein, tu's nicht. Der Herr Gesselfeld sonst die Non-Macht. Ich und die Non-Macht. Ja. Nur weil mein blauhaariger Ü-Kobold spricht, das glauben Sie doch selber nicht. Sprich, Kübild. Kübildstück ist ein schöner Tag. Kübild, Kübild, Kübild. Ich, Kübild, Kübild, Kübild. Oh, um Gottes Willen. Jetzt haben wir die Bescherung. Ja, hab ich's nicht gesagt. Dass er ohnmächtig wird, hättest mir doch gefolgt. Der Mopuggl hat dort und der Pumuggl hat da gefolgt. Jawohl. Immer hat er gefolgt. Es war eine große, riesige Geburtstagsfolgerei. Jawohl. Heute ist nicht nur ein Pumuckl, sondern auch noch ein Mopugl auf die Welt gekommen. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Ui, 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 wie dreht sich plötzlich die Küche? Die dreht sich? Ja, die Küche dreht sich. Das habe ich gar nicht gemerkt, solange ich unsichtbar war. Mir wird ganz komisch. Oh, freut mich da auch noch. Sag mir zuerst, dass du wirklich nur einer bist und nicht zwei. Ich, ich bin zwei. Wenn's zwei sind, dann fall ich auch noch in Ohnmacht. Vier Geburtstage an einem Tag, das ist zu viel für einen alten Mann. Der Meister Eder ist nicht umgefallen. Und dem Pumuckl, der zu viel von dem Sekt erwischt hatte, ist es auch wieder besser geworden, als er wieder unsichtbar wurde. Und das wurde er auf der Stelle, weil der Herr Gerstl gleich aus seiner kleinen Ohnmacht erwachte. Also entschuldigen Sie, Herr Eder. Ja, bitte. Ja, wissen Sie, man verträgt einfach nichts. Ja, ja, wenn man älter wird. Ja, ja. Wissen Sie, was ich gerade fantasiert habe? Fantasiert? Ein Kobold hat die Ü-Sprache gesprochen. Nein. Wie wir als Kinder. So was? Ja, ja, das kommt davon, wenn man an seinem Geburtstag Kinderspiele spielt. Kinderspiele? Haben wir das leicht nicht getan? Nein, eigentlich nicht. Wir haben zwei Kobolde gehabt. Oder einen. Ach, jetzt fällt es mir wieder rein, Herr Eder. Ja? Mh, es war sehr hübscher Eder, war ganz reizend. Ja, ja. Selten so einen lustigen Geburtstagvormittag erlebt. Freilich. Aber jetzt muss ich nach Hause. Ja? Meine Frau, die wartet mit dem Essen. Also, verbringen Sie den restlichen Tag noch recht schön. Ja, Sie auch. Und vielen Dank für den Sekt, gell? Wir sind der Flasche da ganz schön hergeworden, ja. War wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Soll ich Sie nach Hause bringen? Aber ich bitte Sie. Ich bin offenbar nur ein bisschen eingenickt vom Alkohol. Ich bin gar nichts gewöhnt mehr. Ja, so wie ich. Wiedersehen, Herr Eder. Wiedersehen, Herr Eder. Müde Pumuckl müssen schliefen. Müde Pumuckl müssen schliefen. Da schläft er ja. Also, ich glaube, dass es doch bloß nur den einen gibt. Pumuckl. Pumuckl. Jetzt sind wir wieder allein. Und ausschauen tut's. Zwei Gläser kaputt. Diese Eckspäne auf dem Boden. Bitte, bitte nicht, bitte nicht schimpfen. Aber nein. Ich hab deinen Geburtstagswunsch, der sich vollgezahlt mit meinem Geburtstagswunsch, dass du nicht schimpfen darfst. Gemisch. Und da ist dann das Rauskommen dabei. Ja, das ist gut. Hast gut gemacht, Pumuckl. Und ich weiß jetzt auch, warum es nur einen Geburtstag im Jahr gibt. So? Warum? Weil zwei Geburtstage sogar für Kobolde viel zu anstrengend wären. Dann stimmt ja dein Lied nicht. Was für ein Lied? Ja, Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag. Geburtstag mag. Am Nachmittag, als der Pumuckl ausgeschlafen hatte, haben die beiden noch still vergnügt beim Restkuchen den Geburtstag weitergefeiert. Der Pumuckl war sehr froh, dass er nun auch einen Geburtstag hat. Und er wird ihn fortan immer am selben Tag wie der Meister Eder feiern. Es gibt so einige Dinge auf dieser Welt, die machen einen ungeheuren Spaß. Aber nur, wenn man sie selber tut. Tut es ein anderer, gerät man seltsamerweise in Zorn. Dazu gehört jede Art von Radau machen. Und auch jemand ärgern gehört zu diesen recht einseitigen Späßen. Aber mit Radau jemand zu ärgern, muss besonders schön sein, möchte man meinen, weil es gar so oft vorkommt. Wenn ihr jetzt denkt, aha, der Pumuckl, dann seid ihr zunächst auf dem Holzweg. Zunächst sage ich, angegangen ist die Geschichte nämlich mit einem Kind aus dem Vorderhaus, mit der kleinen Charlotte, die unter uns gesagt ein recht verzogener Fratz ist. Und boshaft obendrein. Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl schaukelte friedlich und dichtete. Da plötzlich knallte ans Werkstattfenster ein Stein. Herrschaftszeiten. Bin ich jetzt zusammengefahren? Ja, natürlich. Habe ich mir's doch gedacht, dass es wieder die Charlotte, der Bratz, der da immer Steindl gegen mein Fenster kneift. Das hat sie gestern auch schon getan. Ja, ja. Hörst du gleich auf mit dem Steindl schmeißen? Frechheit, sowas. In die Schublade müsste man sie sperren. Da, da, schon wieder ein Stein. In zwei Schubladen müsste man sie sperren, gleichzeitig. Jawohl. Was habe ich dir denn gerade gesagt? Wenn du noch einen Stein schmeißt, dann komme ich raus. Und ich, ich komme dazu raus. Und wie ich komme, ich zwicke und picke und oh, ich komme ganz fürchterlich. Nein, also diese Kinder, immer hat man Ärger mit ihnen. So, jetzt ist's aber genug. Jetzt geh ich wirklich raus. So, jetzt hast du aber lang genug Steine geschmissen. Jetzt packe ich dich bei deine Ohrwärter und zieh sie dir so lang, dass du drüber strumpelst. Sau, ratze, ländiger. Ja, renn nur davon. Wird gut sein, wenn du dich nimmer blicken lässt. Ida, bist ein ganzes Lieder. Ida, bist ein ganzes Lieder. Ja, auf die Entfernung kannst du leicht frech sein. Deine Watschen kriegst du noch, verlass dich drauf. Noch einmal, wenn du da in den Hof hinterkommst, vertrösche ich dich nach dir, Hirn und Sehen vergebe. Sau, ratz, unerzogener. Deine Mutter kann einem ja leid tun. Entschuldigen Sie, Herr Eder. Gilt ihr Gebrüllen, ihr meiner Charlotte? Ja, allerdings. Ihre Charlotte schmeißt mir noch die Scheiben ein. So viel ich sehe, sind ihre Scheiben noch ganz. Zufällig, ja. Ich glaube, dass es an der Zeit wäre, dass Ihre Charlotte mal ein wenig die Leviten lesen. Die Erziehung meiner Tochter ist ja wohl meine Sache. Ich glaube gleich gar, dass Sie das Ganze in Ordnung finden, wenn Ihre Tochter mir Ederbläder nachschreit und mich da bei der Arbeit stört. Aber eins sage ich Ihnen, wenn Ihre Charlotte noch einmal Steine wirft, dann garantiere ich für nichts. Eine Ohrfeige dürfte Sie treuer zu stehen kommen. Außerdem gehört der Hof der Allgemeinheit und mir ist nichts davon bekannt, dass Sie ihn gepachtet haben. Nein, ich habe ihn nicht gepachtet, aber Sie auch nicht. Sie tun gerade, als ob Sie als Kind nie was angestellt hätten. Ein Kind muss sich mal auch etwas ausleben können. Ja, aber nicht auf Kosten anderer Leute. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich mit Ihnen und Ihren komischen Ansichten über Ihre Erziehung herumzustreiten. Der Meister Eder war wirklich wütend. Da die Charlotte aber nicht mehr auftauchte, ich weiß nicht, ob die angedrohte Ohrfeige oder das gütige Zureden der Mutter es bewirkt haben oder beides zusammen, jedenfalls beruhigte sich der Meister Eder wieder. Nur der Pumuckl meinte, Wir sperren die Charlotte mal heimlich in eine Schublade, wenn Ihre Mutter nicht da ist, ja? Dann wollen wir das mal machen. Nein, leider darf man das nicht. Warum nicht? Auch mit der Ohrfeige hat es natürlich recht, die Frau. Ein Fremder darf ein Kind nicht schlagen. Ich hätte es ja auch nicht getan. Aber sagen wir, man es ja noch dürfen. Du darfst zu bösen Kindern alles sagen, weil ich es dir erlaube, jawohl. Niemand darf uns ärgern, niemand. Und gegen unser Fenster dürfen nur wir Steine werfen. Du, eines Tages, da werfen wir auch mal einen Stein dagegen. Das wird dann sehr lustig. Vielleicht geht es sogar kaputt oder so. Ja, ich weiß nicht, Pumuckl, ich glaube, es gibt lustigere Sachen. Ja, ich kenne keine lustigeren Sachen. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und sang vergnügt, als der Herr Eder seine Kreissäge einschaltete. Die ging so laut, dass der kleine Kobold seinen eigenen Gesang nicht mehr so recht hören konnte. Da hatte er den Einfall, seinen Gesang dadurch zu verstärken, dass er mit einem Holzscheit auf eine der leeren Konservenbüchsen trommelte, die der Meister Eder immer aufhob, um Farbe oder Lacke darin zu mischen oder aufzubewahren. Einst lebt in die Klappauter, mal leiser und mal lauter. Nein, das ist nicht laut, da muss ich noch eine Trommel, also eine, da muss noch eine Blechbüchsen-Trommel dazu haben. Es lebt in die Klappauter, mal leiser und mal lauter. Oh ja, das ist schon sehr schön. Da muss ich ja gleich noch eine ganz besonders schöne Blechbüchse suchen. Oh, die da vielleicht. Sehr gut, dass der Meister Eder die Büchsen immer aufhebt. Da kann ich dann eine ganze Riesentrommeleimusik, kann ich da machen. Es lebt in die Klappauter. Ach, jetzt habe ich vergessen zu trommeln. Drei, sieben. Es lebt in die Klappauter, mal leiser und mal lauter. Klappauter, mal leiser und mal lauter. Du machst dich, du machst einen Ratat aus einem Hören und Sehen vergeht. Das ist sehr schön, nicht wahr? Sehr schön, ja. Hör mal ganz große Musik mit ganz vielen schönen Büchsentönen. Ui, das reimt sich vielleicht auch noch. Also, pass mal auf, jetzt noch mal. Es lebt in die Klappauter, mal leiser und mal lauter. Ja, 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 ja. Ist schon gut, ist schon gut. Ist ja sehr schön, Bubu. Aber jetzt ist genug, ja. Nein, nein, jetzt ist es noch gar nicht genug. Jetzt, jetzt fallen wir erst mal richtig an. Was? Also, pass auf, du darfst sägen und ich darf Büchsentönen. Und wenn du willst, dann darfst du sogar auch noch singen dazu. Nein, Bubu. Sing mal einen Ton. Nein, nein, Bubu. Ich bin jetzt mit dem Sägen fertig und du bist jetzt still. Nein, nein. Du machst jetzt nichts mehr. Das macht doch nichts. Dann trommel ich eben ohne Säge. Das macht schon was, weil ich... Du mal leiser und mal lauter. Das macht schon was, weil ich jetzt nämlich was denken muss. Sonst bringe ich ja alle Maße durcheinander. Warum bringst du denn alle Maße durcheinander? Also, das stört mich auch gar nicht. Weißt du, du darfst ruhig alles durcheinander bringen. Aber mich stört's. Es gibt einen Klabauter. Mal leiser und mal lauter. Jetzt hörst du auf. Niemand kann aufhören, wenn er gerade anfängt. Das ist ein altes, altes Koboldsgesetz. Unsinn. Wenn du nicht aufhörst, dann nimm ich dir die Büchsen weg. Das werden wir gleich haben. Meine Büchsen, meine Büchsen. Lass meine Büchsen stehen, die ich nicht will trommeln. Das ist Klabautermusik. Und niemand darf einen Klabauter bei Musik machen stören. Sonst, sonst, sonst. Doch, ich darf einen Klabauter stören. Nein, nein. Sonst wird ein Klabauter ganz, ganz fürchterlich. Wenn man mich stört, werde ich auch fürchterlich. Weg mit den Büchsen jetzt. Dann schlage ich eben andere Sachen. Jawohl. Ui, da ist Glas. Da ist Glas. Ein Topf ist da. Na, hörst du auf? Und ein Tisch ist da. Hörst du auf? Ah, Topf ist da und Glas ist da und Tisch ist da. Also, das ist ja fürchterlich. Du, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, nachher sperre ich dich in der Schublade. Nein, das tust du nicht. Doch. Weil du das nicht darfst. Jawohl. Ohrfeigen geben und mich in die Schublade sperren, das ist verboten. Das dürfte sie sehr teuer zu stillen kommen. Jawohl, mein Herr. Dass du auch gerade immer das aufschnappen musst, was dir in den Kram passt. Heute Morgen hättest du am liebsten noch die Charlotte in eine Schublade gesperrt und jetzt bist du kein bisschen besser. Trommeln ist ja viel besser als Steine werfen. Ein bisschen Glas, ein bisschen Glas und der Tisch. Ein bisschen Glas, ein bisschen Blech und der Tisch. Jedes Kind muss sich ausleben. Und jeder Kobold muss sich ausleben. Und am besten, am besten leben sich Kobolde bei Trommelmusik aus. Das ist ein altes Trommelgesetz. Gut, dann lebe dich aus von mir aus. Aber nicht da, wo ich arbeite. Geh rauf in die Küche, Pummel. Ich geb dir sogar ein paar leere Büchsen mit. Da kannst du dann trommeln, bis dir die Ohren wehtun. Ich will aber nicht, dass mir in der Küche die Ohren wehtun. Ich will, dass sie mir hier wehtun. Nein. Und ich bin ein Klabar. Nein, hier arbeite ich und du trommelst hier nicht. Ein bisschen. Und du kannst das Arbeiten aufhören und du kannst mir zuhören. Jetzt pass mal auf. Jetzt mach mich nicht närrisch. Hör mal bitte zu. Ich arbeite ja schließlich nicht zu meinem Vergnügen, sondern weil wir von außen leben und was essen müssen. Ich arbeite nicht nur für mich, sondern auch für dich. Denn ich krieg weder das Stückchen Schokolade noch die Wurst, die du isst. Von ihm ein Geschenk. Ich mag gar keine Wurst und ich mag keine Schokolade. Ich brauch keine Geschenke. Gut, dass ich das weiß. Dann kann ich ja aufhören zu arbeiten und heute einmal zum Essen gehen. Wir haben sowieso nichts mehr im Haus. Du brauchst nichts, hast du gesagt. Das ist mir einmal recht angenehm. Wenn du keine Rücksicht auf mich nimmst, brauch ich auch keine auf dich nehmen. Brauchst du auch nicht. Weder Rück noch Vor noch Nach noch Über noch Unter noch Aufsicht. Ui, was es für viele Sichten gibt. Ja, bloß die richtige offenbar nicht. Also, Pummel, dann auf Wiedersehen. Ich geh, du kannst trommeln, bis das Haus einfällt. Das Haus, das wird vom Trommeln einfallen. So was fällt ja nur dem Meister Eder ein. Da gäbe es ja schon lange keine Häuser mehr, weil alle Leute gerne trommeln. Jawohl, alle Leute trommeln. Ui, wie schön das klingelt. Und oft trommeln sie und überhaupt. Ich muss jetzt neue Trommelsachen haben. Vielleicht hier, diese Vase hier vielleicht. Die Vase ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Oh. Sehr schön. Ist ja auch eine sehr schöne Vase. Da muss ich jetzt sofort ein Vasenlicht dichten, damit es schöner klingt. Es steht vor meiner Nase eine schöne Vase. Sie ist nicht nur für Blumen, sondern auch zum Trommeln. Nein, das ist falsch. Das muss heißen, sie ist nicht nur für Blumen. Sie ist nicht nur für Blumen, sondern auch zum Trommeln. Trommeln. Dummes Wort trommeln. Das reimt sich überhaupt aufs Nichts. Trommeln, schummeln, bummeln, kommeln. Das ist ein langweiliges Wort. Ich glaube, ich muss von der ganzen großen Trommelarbeit ausruhen. Und ich glaube auch, dass ich was essen muss, damit ich mehr Kraft bekomme. Zum Trommeln auf den Blumenwaseln. Ist ja sicher gar nicht wahr, dass nichts im Haus zum Essen da ist. Ich weiß schon ganz genau, dass im Kühlschrank Wurst ist. Das weiß ich ganz genau. Da muss ich jetzt nur den Kühlschrank aufbringen. Man muss die Hebel da, der geht nicht auf. Komm noch mal hoch. Ho, hoch. Dann eben nicht. Ich finde schon was anderes. Brot zum Beispiel. Ui, da ist eins. Da ist eins. Oh, das ist aber sehr hart. Das kann ich gar nicht zerbeißen. Mit dem alten Brot kann ich nur trommeln. Aber ich mag gar nicht trommeln. Ich mag viel lieber essen. Ich habe Hunger. Halt. Ui, da ist was in Goldpapier gewickelt. Gewickelt und gewackelt. Aha. Auswickeln und auswackeln. Ja. Ui. Blum. 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 Es stinkt. Es ist Käse. Ja. Äh. Äh. Käse. Kein Klabauter der Welt kann Käse essen. Ui, ui. Ich glaube, es ist wirklich nichts da, was der arme Pumuckl essen kann. Und der Meister Eder sitzt hier im Zicker irgendwo und isst Schokolade und Wurst und Bier und, äh, und Durst habe ich auch und alles bloß, weil ich nicht trommeln darf. Nichts darf der arme Pumuckl und immer wird er gleich gestraft und, und die Schalotte, die darf alles und die, die wird überhaupt nie gestraft. Die darf Steine werfen und die darf frech sein und bloß ich, ich, Ich muss allein bleiben und habe keine Mutti, die den Pumuckl verteidigt. Ui, 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 und niemand findet meine Trommelmusik schön und alles ist so traurig. Ui, 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 ui. Der Pumuckl hat sich gründlich leidgetan. Vielleicht hätte er die ganze Zeit vor sich hingerollt, wenn da nicht plötzlich vor der Werkstatt etwas zu hören gewesen wäre. Ui, was höre ich denn da? Das klingt ja wie 13 sieben Katzen, denen mit 13 sieben Füßen auf 13 sieben Schwänze getreten wird. Da muss ich ja gleich mal zum Fenster hinausschauen. Ei, was sehen denn da meine Pumucklaugen? Die liebe Charlotte mit der Mundharmonika vor unserer Werkstatt sitzt sie. Die will uns wohl ärgern, was? Die kann mich überhaupt nicht ärgern. Doch, das ärgert mich ganz schrecklich. Die dumme Charlotte, die da scheußliche Musik macht und ist kein bisschen hungrig. Und da muss ich ja gleich, was muss ich da nur? Aufhören, aufhören, aufhören. Die hört wohl nicht, dass sie aufhören soll. Die tut, als hätte ich überhaupt keine Nerven. Aber ich hab welche, ich hab eine Unmenge Nerven, hab ich sogar, jawohl. Schluss, Punkt, aus, aufhören. Charlotte? Charlotte? Ja, Mami? Hast du nicht Hunger? Nein, Mami, ich spiel lieber Mundharmonika. Komm her, ich werf dir was runter. Was Gutes, du wirst staunen. Ah, die liebe Charlotte lässt sich denn doch herbei und schaut nach, was es staunensgutes gibt. Ich werde auf der Stelle ein Mädchen, ein Ungezogenes und dann, halt, 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 was sehe ich? Die Charlotte hat ja direkt vor unserer Türe die Mundharmonika liegen lassen. Da, da, da bleibe ich ja viel lieber ein Pumuckl, denn als Pumuckl, da kann ich jetzt, da kann ich doch jetzt gleich was für meine vielen kleinen Nerven tun. Ich hüpfe jetzt hinunter und gebe dem Mundharmonika-Lein ein kleines Stipsi-Lein, damit es unter unser Fußabstreifer-Lein hinunterrutschelt. Jawohl, und aus ist es mit dem hässlichen, hässlichen Geblase. Was bildet die sich eigentlich ein? Wenn hier schon jemand lahm macht, dann ich. Jawohl. Der Pumuckl ist also zum Fenster hinausgeklettert und hat die Mundharmonika unter der Fußmatte verschwinden lassen. Und dann ist er zufrieden wieder zurückgeturnt und hat von oben zugeguckt, wie die Charlotte nach ihrer Mundharmonika gesucht hat. Sie hat überall gesucht, aber unter den Fußabstreifer hat sie nicht geschaut. Nach einiger Zeit fing sie zu weinen an. Dann rief sie nach ihrer Mutter und die ist auch heruntergekommen und hat suchen geholfen. Aber Kind, das gibt's doch gar nicht. Hast du denn jemand in den Hof reingehen sehen, der die Mundharmonika genommen haben könnte? Nein, niemand. Nur der Herr Eder könnte's genommen haben, weil der da wohnt. Der ist schnell zur Tür raus und hat's weggenommen. Na, den können wir ja mal fragen. Seh ihn gleich, nachdem er sich heute früh über dich geärgert hat. Herr Eder? Da ist niemand zu Hause. Es hat aber vorher jemand aufhören gerufen, aber ich hab nicht aufgehört. Der Herr Eder hält sich sehr versteckt. Herr Eder! Bitte benehmen Sie sich nicht albern. Wenn Sie die Mundharmonika wegnehmen, dann ist das Diebstahl. Was ist Diebstahl? Ach, Sie waren gar nicht im Haus. Nein, ich komm grad vom Essen. Aber was ist denn los? Wer ist albern? Nein, nein, ich dachte nur, meine Kleine hat nämlich vorhin hier Mundharmonika gespielt. Ausgerechnet vor meiner Tür? Nun ja. Darf man fragen, warum sie nicht daheim gespielt hat? Ach Gott, weil... Sie brauchen nicht weiter rennen. Und jetzt ist die Mundharmonika weg? Ja. Und jetzt haben Sie gemeint, ich wär so albern und hätt ihrer Tochter die Mundharmonika gestohlen. Ist so. Entschuldigen Sie bitte, es war nicht so gemeint. Es war falsch von mir. Ich nehme den Verdacht natürlich in aller Form zurück. Ist mir wirklich richtig peinlich. Mami, ich will meine Mundharmonika wiederhaben. Meine schöne neue Mundharmonika. Jetzt hör mal gut zu, Charlotte. Eine Mundharmonika löst sich nicht in nichts auf. Die muss irgendwo sein. Wie wär's, wenn wir was ausmachen täten? Aber mit Ehrenworten so. Ich verspreche dir, dass ich die Mundharmonika suche. Könnte ja sein, dass sie da in der Gulli oder durch das Kellergitter runtergefallen ist. Wenn ich's finde, dann versprichst du mir, dass du keine Steine mehr schmeißt und dass du auch nicht ausgerechnet vor meiner Werkstatt Radau machst. Und den kreislichen Satz mit Eder, Bläder, wöhnst du dir wieder ab. Versprichst du das? Ja. Ehrenwort? Und die Mutti hört's auch? Großes Ehrenwort. Gut, dann werde ich mein Bestes tun. Also, entschuldigen Sie nochmals. Bitte. Und jetzt kommt zum Essen, Charlotte. Suchen Sie inzwischen ganz bestimmt die Mundharmonika, Herr Eder? Freilich. Ehrenwort gegen Ehrenwort. Da sind Mutter und Tochter abgezogen, die Mutter immer noch rot vor Verlegenheit. Der Meister Eder aber schaute den beiden etwas belustigt nach, bückte sich und holte die Mundharmonika unter dem Fußabstreifer heraus. Er kennt nämlich seinen Pumuckl und der Fußabstreifer hatte doch eine etwas verdächtige Beule. Dann ging er ins Haus. Hey, Pumuckl. Hör mal, Pumuckl. Na, was sagst du? Das klingt doch gar nicht schlecht. Die Mundharmonika. Klingt, klingt scheußlich, scheußlich, scheußlich. Das finde ich nicht. War gar keine so schlechte Idee, dass du die versteckt hast. Die zwei waren voll ganz schön klein. Ich habe sie versteckt, weil alle Leute Lärm machen dürfen. Bloß ich darf nichts. Und jetzt machst du Lärm. Bi, 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 bi. Ich wandere aus, jawohl. Ich gehe zurück auf das große, große Meer. Und, und... Gib dir Monika doch gleich der braven Charlotte, mit der du jetzt plötzlich lieb bist. Das macht ja nichts, macht ja nichts, wenn meine Nerven ganz kaputt sind. Und wenn ich ganz und gar verhungere und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was guter Lärm ist und was böse Lärm ist und, und wer alles Musik machen darf und warum ich nicht trommeln darf und, und, und... Und Durst habe ich auch. Oh, Pumuckl. Jetzt gib mal Acht. Nein, ich gebe nicht Acht. Schau, schau da her. Schau, da stellen wir jetzt drei Blechbüchsen her. Drei verschiedene große. So, und jetzt nimmst einen Kochlöffel. Jetzt pass auf, das gibt drei verschiedene Töne. Jetzt so, schau. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt das Liedl auf der Mundharmonika spiele, dann schlägst du die Trommel dazu. Nein, nein, ich darf... Ist doch fein. Ich darf nicht trommeln. Doch. Du gehst sonst wieder und lässt mich alleine und dann verhungere ich mich mausetot. Doch, jetzt darfst du's und ich bleib da. Ich muss dich ja mit der Mundharmonika begleiten. Und warum darf ich plötzlich? Da kann sich ja kein Kobold mehr auskennen. Darf ich immer nur dann dürfen, wenn es dir passt? Oder darf ich nie, wenn es mir passt? Ich will auch dürfen, wenn es mir passt. Schau, Pumuggi. Die Sache ist furchtbar einfach. Ja. Man darf alles, solange man einen anderen nicht stört. Ach so. Man soll nie gegen jemand was machen, wenn man's miteinander viel schöner machen kann. Siehst du? Ja. Das ist die Geschichte mit dem Rücksicht nehmen. Keine ganz leichte Sache. Aber auch keine schwere. Nein, das ist nicht schwer. Komm, jetzt pass auf, Pumuggi. Ja. Da schlag jetzt einmal in dem Takt da drauf. In welchem Takt? Ja, in dem. Schau, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ja, so. Das ist sehr schön. Du musst weiter blasen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Na, was sagst du, Pumuggi? Ist das nicht schön? Das ist wirklich wunderschön. Bitte, bitte blas weiter. Ja, ja, ich blas. Halt, warte nur einen Moment. Lass mich zuerst schauen, ob alle Fenster zu tun. Ja, und schau auch gleich, ob du vielleicht ein bisschen Schokolade für den Pumuggi findest. Es lebe die Klabauter, mal leiser und mal lauter. Es lebe die Klabauter, mal leiser und mal lauter. Und lebe dein Lauter, leiser, dann ist er sicher heiser. Doch lebe dein Leiser laut, wenn er auf Hübschen haut. Es lebe die Klabauter, mal leiser und mal lauter. Und lebe dein Lauter, leiser, dann ist er sicher heiser. Ja, da bleibt nur noch zu sagen, dass dieser Lärm inzwischen auch sein Ende genommen hat. Einmal, weil der Pumuggi Hunger bekommen hat. Und zum anderen, weil der Meister Eder die Mundharmonika zurückbringen musste. Schließlich hatte er ein Ehrenwort zu halten. Aber auch die Charlotte hat ihr Ehrenwort gehalten und den Meister Eder nicht mehr geärgert. Und so ist es jetzt wieder ganz ruhig und friedlich im Hinterhof. Und in der Werkstatt vor Meister Eder und seinem Pumuggl. Vielen Dank.